Eins Zwei Drei Eimer kommt dabei Heute geht es um die Drei stinkigsten Sachen Dem Käse Dem Sonnen Und dem stinkigen etwas Aus dem Keller Eimer was Ich soll doch ein Schnurrwurm Nein 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 Doch 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 Okay Was ist denn der dritte Platz Ähm ich würde sagen Der Stinkesocke Da riech ich mal dran Ja auf jeden Fall Zweiter Platz Ist der Stinker Käse Und erster Platz Ist das stinkige etwas Aus dem Keller Ist überhaupt dieses stinkige etwas Wir vermuten eine Art Sauerkraut Wir wissen es auch nicht so genau Aha Ich glaub wir wissen das Wir sollten uns von diesem Unbekannten Ding Entfernen Das ist stinkig Etwas aus dem Keller Hilfe Zum Beispiel Oh Ei-Baits Habt doch nicht so viel Angst Das ist doch bloß ein Sauerkraut mit Äh Joah Kraut eben Und Gurke Und Karotte Und Chili Und Ingwer Und alles was da so dran kann Das ist glaub ich Kimchi Aha Aha! Hm!